Hallo meine lieben Kreativlinge! Ja, ich bin wieder etwas verschnupft. Kam zu meiner Kleinen in der Woche in den Kindergarten, ist sie wieder verschnupft. Wer steckt sich an? Ich. Aber das ist jetzt nicht die Sache. Ich will euch heute wieder eine Kooperation vorstellen und zwar mit der Seite onedaysaving.com, glaube ich. Oh Gott. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken unten in der Infobox. Das sind drei Links. Einmal das, was ich mir rausgesucht habe, dann das zweite Produkt, was ich mir raussuchen dürfte. Da freue ich mich am meisten drüber. Und dann die Seite selber noch einmal. Und ja, was es dazu noch zu sagen gibt. Es gibt einen kostenlosen Versand ab 50 Dollar. Wie viel Euro das genau sind, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, der hat einen Umrechner drin, also der kann der auf Euro umstellen. Ich habe natürlich auch gleich nochmal bestellt, aber das kommt ein anderes Mal. Und ab 50 Dollar bekommen die zwei Geschenke. Dürft ihr euch dann rauszoomen. Ja, das dazu. Die machen unter anderem Sticken. Also diese Webrahmen mit diesem Muster. Da kenne ich mich leider gar nicht so aus. Das ist so gar nicht meins. Es sind wirklich schöne Motive dabei. Ich habe geguckt, aber es ist so gar nicht meins. Also ich komme damit nicht klar. Ich bin zu doof. Was nähen und Stoff und so angeht, bin ich raus. Leider gibt es schöne Dinge, aber ich kann das nicht. Ich kann ja mal mit einer Nähmaschine umgehen. Egal. Malen nach Zahlen und Diamond Painting. Verschiedene Größen. Verschiedene Motive. Halb rund. Also ne, eckig rund. Dann gibt es Vollbilder oder Halbbilder oder Sticker. Die haben eine Riesenauswahl. Ja, das wollte ich nochmal vorweg sagen. Und jetzt gucken wir mal. Das gucken wir zum Schluss. Das Fenster ist gerade offen. Ich bin am Lüften. Es kam gestern an, aber ich habe es gestern leider nicht mehr geschafft. Ich war ja noch auf der Arbeit und dann, ne, wenn man heimkommt, muss man dann dennoch trotzdem ein bisschen was machen. So. Ich habe mir ein Diamond Painting Bild ausgesucht. Den Umschlag habe ich übrigens schon weggemacht. Die Kamera ruckelt gerade. Sorry. Ähm, den Umschlag habe ich schon weggemacht, weil da ja meine Adresse und so drauf steht. Also es kam gut verpackt an. Das haben sie mir auch geschrieben. Vielen Dank dafür nochmal. Das haben sie mir auch geschrieben, dass es gut verpackt ankommt, weil es hat ja ein bisschen einen Weg vor sich. Ja. Gucken wir mal rein. Man kann schon erahnen, was es ist. Ein Diamond Painting Bild. Es macht so unglaublich Spaß. Es beruhigt so unglaublich. Aber es ist wieder so viel schwarz. Ich habe es mir selber rausgesucht. Ah, kleiner Witz am Rande. Äh, aber es beruhigt ungemein. Das ist Wahnsinn. Es dauert zwar lang, aber es ist, es beruhigt ungemein. Und ich habe mir dieses Bild rausgesucht. Na, wer erkennt ihn? Wer erkennt ihn? Jake Skellington. Ja, der hat die Größe 30x40. Und das ist ein vollrunde Stein. Also das Bild, ne? Ist voll. Ich bin heute wieder super. Und hat runde Steinchen. Bei den runden Steinchen ist es tatsächlich am besten, ähm, wenn man nicht ganz genau arbeitet. Bei den eckigen Steinchen muss man genau arbeiten, dass wirklich alles in einer Linie ist. Bei den runden Steinchen ist es nicht ganz so schlimm. Oh, ich freue mich. Wieder ein Diamond Painting Bild. Schauen wir doch mal rein. Also ist alles dabei. Knister, knister, knister. Ein Diamond Painting Bild. Dann das Starter Set. Das ist dabei. Und natürlich. Ah, kleb, kleb, kleb. Ich habe keinen Platz mehr hier. Die Steinchen. Was für eine Menge Farben. Oh, das Schwarz schimmert schön. Seht ihr das? Das schimmert schön. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Sobald ich Zeit habe, werde ich damit anfangen. Sehr schön. Da freue ich mich. Ich liebe es. Ich liebe es. Vielen lieben Dank erst einmal dafür. Sage ich jetzt mal. Und dann schauen wir uns das zweite Tool an, was ich hier noch aussuchen dürfte, was ich sehr, sehr praktisch finde. Gerade bei, wenn dann so viele Farben, also so, jetzt wie schwarz hier, ist ja ganz viel schwarz. Wenn ich das, geht auch, dauert es nur länger. Und zwar hier so einen mega tollen Diamond Painting Stift. Der ist, stand schon lange mal auf meiner Liste. und ja, ich bin sehr froh, dass ich mir einen aussuchen dürfte. Gibt verschiedene Farben und das schaut echt hammer aus, oder? Das schaut mega toll aus. Jetzt schaue ich mal gerade, wie ich den aufbekomme. Ich schneide den jetzt einfach mal auf, rick und ross. Das ist einmal so ein ergonomischer, oh, der ist aber echt schwer, ein ergonomischer Diamond Painting Stift. Oh, da kann man sogar gleich zwei Aufsätze reinmachen. Sehr cool. Und dann hat man hier verschiedene Aufsätze. Das ist einmal für, ja, sieht man da? Ganz viele Diamond Painting Steinchen. Dann der ganz normale. Also ich weiß, welchen ich jetzt nutzen werde. Geht das da besser rein? Bisschen. Also, ich weiß, welchen ich nutzen werde. Den hier definitiv. Ah, okay. Da haben wir jetzt ein paar, ich würde jetzt sagen, es sind zwei oder drei. Steinchen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Sehr cool. Und dann haben wir hier noch einmal einen, da würde ich jetzt sagen, das sind ungefähr sechs Steinchen. Fünf bis sechs Steinchen. Kann ich jetzt schlecht sagen. Ich habe damit noch nicht gearbeitet, aber ich freue mich umso mehr, weil dann geht das Diamond Painting mit den großen Flächen natürlich viel, viel schneller. Hihi. Oh, das ist so ein Schieber. Oh, cool. Das ist ein Diamond Painting Schieber. Den macht man hier auch ganz normal auf den Stift drauf. Den habe ich schon so oft gesehen. So. Das soll ja ein bisschen schwerer gehen, natürlich, sonst hält er ja nicht, wäre ja blöd, wenn der immer wieder runterfallen würde, der Aufsatz. Und dann, wenn man sich ein bisschen so, ein bisschen schief geguckt hat, ne, ihr wisst schon, dann kann man die, die habe ich schon so oft gesehen, dann kann man die Steinchen so ein bisschen gerade rücken, dass die in einer Reihe sind. Finde ich ober cool. Also da freue ich mich am allermeisten drüber. Man glaubt es kaum, aber da freue ich mich am allermeisten drüber. Ah. Sorry. Sehr cool. Vielen lieben Dank noch einmal one-day-saving.com Ich freue mich mega. Ich möchte am liebsten jetzt sofort anfangen, aber jetzt muss ich erst mal frühstücken. Dann kommt mein Kind vom Zahnarzt. Mein Mann ist mit dem Kind vom Zahnarzt. Aber das ist gut, das will keiner wissen. Noch einmal vielen lieben Dank. Ich freue mich. Ich freue mich wie Olle. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich werde euch das Bild das Bild ist der erste Link. Das Tool ist der zweite Link. Und der dritte Link ist die Hauptwebseite. Da könnt ihr euch gerne mal umgucken. Wie gesagt, ich habe auch schon noch was gekauft. Das kommt aber irgendwann später mal. Ja. Das war's mit der Produktvorstellung. Mal schauen, ob ich euch mitnehme, wenn ich Diamond Pante. Das ist halt immer schwierig, weil ich hänge halt immer mit dem Kopf direkt über der Kamera. Ne? Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich bedanke mich auch nochmal für die tolle Kooperation. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüss. Ich wünsche euch eine schöne, kreative Zeit und bleibt gesund. Bye, bye.